Musik Meine Familie hat ja schon über Generationen hinweg was mit Reiten zu tun. Deshalb ist es wahrscheinlich bei mir auch so, dass es fast gar nicht ausblieb. So saß ich dann auch halt wirklich, bevor ich laufen konnte, schon auf dem Pferd. Wir hatten damals so ein ganz liebes Pony. Normalerweise habe ich um zwei Schuhschluss, dann bin ich so gegen drei zu Hause. Und dann reite ich meistens so zwei bis drei Pferde. Für jedes Pferd nehme ich mir eigentlich schon immer so eine Stunde Zeit mit Fertigmachen und so. Aber das Reiten alleine, das kann man so auf 40 bis 45 Minuten schätzen. Was man auf jeden Fall mitbringen muss, ist ganz viel Spaß am Reiten, dass man da nicht zu verbissen rangeht. Und was es einem gibt, ist natürlich super viele tolle Erfahrungen. Man erlebt total viel, auch schon in jungen Jahren, durch eben diese ganzen Juniorenturniere. Natürlich hat man erstmal eigentlich jeden Tag die Pflicht, sich um das Pferd zu kümmern. Da es ja einfach ein Lebewesen ist, was auch, ich finde, den Sport ziemlich auszeichnet. Dass man sozusagen die Verantwortung für das Pferd trägt. Und das Pferd setzt ja auch auf einen und vertraut einem. Zu meinen größten und tollsten Erfolgen und Erlebnissen zähle ich auf jeden Fall die Europameisterschaft. Kürzlich bin ich beim K&K Cup gestartet, in der großen Tour. Da war ich im Finale platziert. Der Provinzialförderpreis spielt eine sehr große Rolle für uns im Juniorensport, da wir dann echt die Möglichkeit bekommen, an so großen und tollen Turnieren, wie zum Beispiel dem Turnier der Sieger teilzunehmen. Dann wächst man einfach schon mal in diese Atmosphäre rein und kann sich das erstmal in ein bisschen tieferen Springen angucken und bekommt einfach die Gelegenheit, erstmal da mitzureiten, was natürlich echt eine super Erfahrung ist. Ich habe selber schon zu meiner Juniorenturzeit die Provinzialprüfung geritten. Die gab es da auch schon. Und das war schon immer eine sehr schöne Serie, die uns eigentlich begleitet hat über die ganzen Jahre. Und jetzt ist es so, dass meine Tochter erst erfolgreich letztes Jahr unterwegs war. Vor allem, man kommt auf Turnierplätze, wo man jetzt sonst nicht unbedingt hinkommt, so wie Turnier der Sieger, da die Kulisse vom Schloss ist sehr schön, oder in Balbe das große Turnier. Das ist natürlich sehr wichtig für die jungen Leute, mal auf diese Plätze zu kommen, um auch diese Erfahrung zu machen. Auf lange Sicht wollen wir es erstmal genießen den Sport und freuen uns, dass es so gut klappt. Und ja, wir sind dieses Jahr noch jung und wie es beruflich mal weitergeht, das entscheidet sich ja dann auch. Also es ist schon eine sehr gute Sache von der Provinzial. Die Provinzial unterstützt talentierte Nachwuchsspringreiter auf ausgewählten Turnieren. Damit stärken wir den westfälischen Reitsport und begleiten alle Pferdefreunde so sicher wie ein Schutzengel. Und ja, wir müssen uns dann eher hơn einfach in das Nachmittag um einoreitaresbourne. Untertitelung des ZDF, 2020